wir spielen heute wieder in die horror games auf dem kanal wilder toaster und heute spielen wir eyeless jack also ich glaube die geschichte ist real also glaube ich zumindest und ich sehe schon das spiel hat optionen das heißt es ein gutes spiel das ist das einzige das cool ist wir drücken nicht auf rettet weil ich weiß nicht was passiert wenn ich da drauf gedrückt und wir starten einfach das spiel hallo hello my name is Mitch i'm here to tell you about the experience i had a few months ago i have no idea if it was paranormal or whatever stupid words people use to describe supernatural phenomena but after this experience i started to believe in it was okay well those are my last things i'm glad you didn't leave me in your family image of course i'd be here for you man let's just move those boxes inside already it's getting cold los geht's warte mal wieso 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 okay okay ja das ist perfekt oh man soll ich die hier tun wo wo soll ich die hin tun check ach so hier hin okay mach ich schnell oh check ist das überhaupt ein check nein oder warte wieso ist das wieso sind hier nur nur etwa 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 zu hallo okay dann geh ich mal schlafen wieso musst du wieso musst du auch hier eine wow okay äh wieso 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 es wird irgendwie zu n Das ist nicht eine gute Idee, Britta Tyron. Alles klar, gute Nacht dann. Nacht. Wieso muss ich hier mal in der Nacht aufwachen? Na... Ich hab wohl coole Zeichnungen. Ei, keine Ahnung. Wieso ist das? Ich beschwere mich nicht. Ehm... Guten Morgen. Hallo. Habt ihr gut geblieben? Ja, nicht schlecht. Ich habe nur einige strange Rastlinge draußen gehört. Aber ich glaube, es war nur ein Raccoon oder so. Ja, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich das. Gibt es dir die Läser aus dem Haus? Ich werde Freitag im Moment machen. Okay. Okay. The lake is somewhere around the ancient world. The lake is somewhere... Ah, okay. Ja, das haben wir auch gesehen. Ähm... Danke. Wake. Wow. Das ist cool. Man hört sogar, dass er... Dass er irgendwie... Frühstück macht. Wieso ist das so cool? Man kann hier so reingucken, man. Das gefällt mir. Hallo? Okay. Äh... Alles gut. Das war mein Sound-Effekt. Was ist alles? Was ist alles? Okay. Okay. Yo! Aspen, okay. Just in time. I cooked some eggs. Yep. Das... Das ist ja okay. Ich esse ja selber auch immer jeden Tag Eier. Sind auch sehr gesund. Und wieder wache ich in der Nacht auf. Also ich kann englische Uhren lesen. Warte. Das gefällt mir nicht, Mann. Kann ich echt nicht mal hier irgendwas machen? Hi. What's going on? What the hell happened to you? Take a look in the middle. What are you talking about? Ahhhhhhhhhhhhhhh. Faz? Who's this? Hm. It seems like you've been sleepwalking, Bitch. Ich habe keine andere Explanation für das. Das ist wunderschön. Wahrscheinlich, aber es ist etwas mehr Disturbinger als das Gash. Hä? Okay. Du hast gesagt, wie war dein Kidney letzte Nacht? Was? Wir wissen nicht, wie das passiert. Entschuldigung, Mensch. Ich habe noch einen weiteren, alles gut. Er hat mir bestimmt 50.000 Euro gegeben für diesen Kidney, Alter. Jetzt ist besser. Take care, Rich. Ja, Mann. Ja, weiß ich schon. Okay. Okay. Die Messe ist eh besser. Wie sehe ich aus? Ah, geil. Kann ich nicht sehen. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie könnte das passieren? Ich weiß nicht. Es ist alles verdammt. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Danke, Edwin. Mhm. Das weiß ich auch. Kannst du mich auch in Ruhe lassen? Mach dich schon das Tür zu. Oh. Oh ne, wo? Hab ich gerade die ganze Zeit in die... Ich hoffe nicht. Manchmal ist mein Mikrofon ein bisschen zu nah an ihm oder so. Wenn es zu weit weg ist, dann hört man mich doppelt. Das würde ich nicht. Was ist das? Schönes Bild. Shit. Ich nehme meine Kamera erst. Was? 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 Was wMC- Was? Bentera guckend. carrier- Zeine, Guten Morgen, Mädchen. Ich habe einige gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachrichten ist, dass du nur minorer Injury hast, und deine Eltern werden dich aufhören. Aber die schlechte Nachrichten ist, dass dein Bruder Edwin, war von da. Nein! Ich bin sehr entschuldig für deine Verlust. Was ist das denn? Oder was ist das denn? I will just take my camera and head back. Wer ist das? Ist das Edwin? Ey, was soll ich denn machen, Mann? Was ist das Ding unter Floor? Wo denn? Wow, da liegt Edwin, ok? Was soll ich noch sagen? Was ist das jetzt, Mann? Was ist das? Das ist der Kidney. Oder ist das der Kidney? Also die Neere, meine ich. Oh, wow! Eilis Jack, Mann! Ich weiß nicht, ob das wirklich mal, dass du jemand, dass du die Geschichte, ja, das ist, aber... Boah, what? Okay. Okay. Ähm... Warte... Irgendwann mit der Schatten? Naja, das war's. Für dieses Indie-Horror-Game. Wirklich... Das sind wirklich immer... Das sind wirklich immer gute Indie-Horror-Games. Wirklich. Von der Schei auch, natürlich. Ähm... Aber sonst... Liked und abonniert das Video. Das würde mich sehr, 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 sehr glücklich machen. Und wir sehen uns... Im nächsten Video wieder. Im nächsten Video wieder.